Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Faktore hier im Digi-Szenario auf Stigem Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir haben oder sind dabei, die blaue Fläschchenproduktion quasi voll im Gange zu halten und haben jetzt hier die grüne Fläschchenproduktion schon mal beendet. Das heißt, wir werden die grüne Fläschchenproduktion jetzt nochmal zur roten Fläschchenproduktion umstellen und werden in der hier... oh, guck mal, da ist sogar noch was drin. Da ist noch was drin, das müssen wir natürlich dann noch der letzten Fabrik... in der Verfügung stellen, was wir jetzt gerade gekriegt haben. Die kann ich nämlich nochmal zwei Fläschchen machen. Ah, wir werden fertig. Dankeschön. So, dann haben wir das hier auch geschafft und dann können wir nämlich hier hinten mal Zahnrägnen mopsen. Einmal tausend Stück bitte, danke. Und die flagen wir mal einfach hier rein. So, tausend Stück bitte. Und dann holen wir uns tausend Opferplatten. Und die hauen wir dann einfach mal hier rein. So, und dann kann das losgehen und kann die Fabrik uns tausend rote Fläschchen noch machen. Und dann haben wir da auch wieder einen guten Vorrat. So, dann sollten wir nämlich mit allen Forschungssachen dahin kommen, wo wir hin wollen. Wir kommen dann hier in Richtung Lichtbogenofen. Und beim Lichtbogenofen brauchen wir natürlich jede Menge Metall, beziehungsweise Stahl. Und um viel Stahl zu machen, müssen wir viel Eisen haben. Deswegen, ja, müssen wir hier richtig viel uns ums Eisenerz kümmern jetzt. Da müssen wir da immer ganz, ganz viel von haben. Das wird nämlich sehr, sehr, sehr wichtig werden. Ach Gott, deswegen ist die ganze Kiste voll mit irgendeinem anderen Schrunz. So, können wir dann einen Schrunz erst wegmachen hier. Und die Kohlen kann ich wahrscheinlich irgendwo mal nach einer Produktionskette mit ein bisschen verteilen. So. Nehmen wir auch mal was mit der Kohlen noch mit. Eigentlich will ich das Eisenerz haben, ne? Na ja. So, ähm. Dann werden wir hier nochmal die Steine los. Ach komm, hier kommen wir mal die Steine von. Ja. So, dann haben wir hier noch so alles Schönes. Hier ist vollkommen am Stehen wieder alles. So. Okay, wir haben die Kohle ab, die fangen ganz kurz. Kein Problem, kein Problem, kein Problem. Implement, ne? Cool ab, die liefert. So. Gut. Viel Eisenerz haben wir jetzt noch nicht mehr gekriegt hier von unseren Kistchen, aber ein bisschen ist es. Das hilft uns auf jeden Fall schon mal weiter, dass wir hier noch ein bisschen was reinpappen können. Und hier haben wir dann auch doch jede Menge Eisenplatten. Hätte ein bisschen mehr, aber dann brauche ich mal mehr Eisenerz für eine Eisenplatte. Na gut, dann habe ich schon wieder so viel Eisenplatten verbaut. Na, das kann durchaus möglich sein. Gut, dann werden wir hier unten nochmal einmal ganz kurz das ganze Eisenerz raussuchen und dann komme ich hier zu unserer Eisenerz super Fabrik hier. Also, der ja nur Eisenerz macht. Der hat richtig gut. Der muss ich nicht mit anderen Schraubbrunnen geärgern. Oh, da kriegen wir nochmal schön was zusammen hier. Sehr gut. Und dann haben wir hier drüben noch ein paar Föller-Einheiten stehen. Da kriegen wir auch nochmal schön. Sehr gut. Also, da können wir doch nochmal unsere Kisten hier gut bestücken, glaube ich. So, hier geht der Meerein, da geht der Rest rein und schon sind wir es los. So, hier wird produziert, da wird produziert, da wird gemacht, hier wird produziert. Sehr schön. Da hinten wird gerade nichts produziert. Da haben wir die Rohre produziert für die Inksgeschichte. Stimmt, da haben wir die Rohre produziert für die Motorengeschichte, die wir machen wollen. Ja, die Ektroöfen, die wären natürlich teuer, ja. Gut, jetzt müssen wir mal... Ne, das müsste eigentlich sich genau ausgegangen sein mit den Rohren, ne. 31 und hier haben wir 71. Ja, sind zwei Rohre mehr drin. Das waren, glaube ich, die zwei, die sowieso eingebunkert waren. Ähm... Heißt, wir machen Chips jetzt da hinten. Heißt, wir machen erstmal ein paar Drähte. Ähm... Ja. Machen wir mal jede Menge Drähte, würde ich sagen. Belagen aber die Fabrik einfach mal als Drähter-Fabrik hier. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir dann Chips machen können. Tausend Chips müssen wir ja noch knapp haben. Ne, haben wir nicht mehr mehr. Äh... Ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier loswerden. Äh... Äh... Ganz ruhig bleiben. So, das heißt, wir machen hier einmal die Kiste voll. Hier einmal die Kiste voll. Wir machen jetzt alle drei, alle vier Kisten einmal komplett voll mit Kupfer und lassen wir Drähte daraus herstellen. Ich denke mal, das sollte da eine ganze Weile, ähm... Vorhalten. Dann müssen wir natürlich den Stahlkisten mitreden, irgendwo einbunkern hier. Denk ich mal. So. Machen wir alle Kisten einmal voll. Und dann kriegst du jetzt den glorreichen Auftrag zu sagen, mach mir dann mal Drähte. So. Das will das ja keiner verräte, mach mir doch mal ein paar Drähte. So, jetzt hab ich irgendwie die Kupferplatten aufgenommen, wollte ich gar nicht. So. Weiß nicht, wie es waren. Frost. So. Gut. Hier müssen wir dann natürlich jetzt ein wenig aufräumen und die Sachen mal, ähm, sagen wir mal umlagern. Und damit wir erstmal Platz haben für einige der Drähte. So. Gut. Ähm, kann ich, ähm... Habe ich noch? Habe ich noch? Äh, was brauche ich denn eigentlich dafür? Achso, da brauche ich eine... Ah, die Kisten sind auch schweineteuer, ne? Da brauche ich meine erweiterte Schaltkreise für. Ich muss mir mal irgendwo tausend erweiterte Schaltkreise machen. Ich glaube, das werde ich mir nochmal vornehmen. Dass ich dann so mal tausend habe, wo ich... Wo ich immer denn, wenn ich eine Kiste bauen muss oder sowas, rangehen kann. Ich brauche die ja sowieso später denn zur Produktion. Ähm, das heißt, wir machen erstmal Kunststoffstangen. Naja. So, jetzt müssen wir erstmal hier runter eiern. Mal gucken, hier, wo sind wir denn da? Da sind wir hin, okay. Da steht auch noch unser Auto. Wenn ich das richtig sehe oder... Ähm... Ah, du bist hier noch fleißig dabei, aber es wird. Okay. Gut. Dann nehme ich dich jetzt mal komplett mit. Und dann bringen wir dich dann da oben hin. Hier wollte ich nochmal Steine eigentlich durchbrennen. Ich wollte hier noch eine Schmelze... Nein. Aber die Schmelze können wir ja schon elektrisch aufbauen hier. Gut, dann werde ich das jetzt da rausmeißeln. Dann können wir sicher... So eine Schmelze entkriegen. So, dann machen wir hier nochmal... Ähm... Wie viele haben wir denn da schon? Äh... Damit dann hier die Flüssigkeit hier abnimmt. Damit das Ding wieder mit voll gemacht werden kann. Und das hier mit voll gemacht werden kann. Gut. Alles klar. So, dann haben wir das schon mal vorbereitet. Wir gehen dann da mal da drauf, dass wir denn die... Roten Chips. Ich glaube, ich brauche für den Lichtbohrungenofen auch rote Chips. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es könnte passieren. Wenn wir das ja nachher die Prozessoren machen, das wird teuer. Jo, ist gut. Wir meißeln uns jetzt hier einmal durch, um hier eine weitere Schmelze hinzubauen, die wir denn aber schon mit Lichtbohrungenöfen ausstatten werden. Ähm... Damit wir da keine Kohle mehr mit reintransportieren müssen. Als Brennstoff. Weil dann können wir die Kohle halt zur Energieerzeugung nutzen. Sofern ich jetzt hier nicht ein riesengroßes Erzfeld drunter finde. Aber ich denke mal, es dürfte sich jetzt in Grenzen halten, dass ich mit dem Erzfeld befinde. Aber wenn denn 20 von diesen Öfen... Naja, so viel passen... Doch, es passen genau 20 von diesen Öfen hier rein. Ja, da muss ich... Da muss ich das zweite Förderband auch als Materialeingangsband nehmen. Damit das überhaupt nicht funktioniert hier. Macht aber nichts. Kriegen wir hin. So. Jo, muss ich denn noch? So ein Stückchen hin. Jo, jo. Also hier haben wir dann ordentlich Steine rauszumeißeln. Wenn der eine Gang ist, ziehe ich ja schon 1400 Steine... Na, ooooh. 1400 Steine bringt. Das ist aber ein bisschen nervig gerade, die Kleinen wieder, ne? Komm jetzt wieder sehr häufig. Oran-Rounds gibt es denn später noch, naja. Aber ein 3. Haben wir wieder von gerade auf ungerade umgestellt. 1257. So, jetzt sind wir hoch genug hier. Meißel dich mal durch hier in die Richtung. Ja, die Folge mit dem... Wo es denn mich enttäuscht hat mit dem... Baurobbys, die ist ja noch gar nicht gekommen. Also da bin ich ja... Bin ich mal gespannt, was ich da für Kommentare draufkriege. Ähm. Daran seht ihr, wie weit ich jetzt das schon vorproduziere wie Weihnachten. Ist schon ein bisschen. Muss aber auch sein. Denn ich möchte gerne, dass ihr über Weihnachten... Auch in den Genuss kommt... Wie das von mir gucken zu können. Wenn ihr dann schön zu Hause seid. Eurer Familie. Ich weiß gar nicht, ist das hier nicht schon sogar die... Das könnte die Heiligabend-Folge sein. Bin mir nicht sicher. Das müsste ich im Kalender mal nachgucken. Also wenn dann wünsche ich frohe Weihnachten, ne? So. Ähm, ja. Dann ist jetzt hier angesagt, die Mauer so. Ja. Ich mich jetzt da selber so. So. Dann müssen wir da mal durchgucken. Dass wir hier in der Mitte nochmal ein bisschen was rausmeißeln. Damit wir da mal gucken, wo wir denn die... quasi die Abstützmauer hier oben hinbauen müssen. Damit das hier fertig wird. Ich weiß gar nicht, wie viele Steine ich jetzt momentan ins Inventar nehmen kann. Können aber einige sein. Holen wir uns das für Lennfilz oder schicken wir so hoch? Eigentlich könnten wir auch noch ein paar Lennfilz holen, falls wir dann doch nochmal einen Teich finden. Unbeabsichtigerweise hier. Damit wir dann so 20, 30 Lennfilz so aufs Lager haben. Wäre schon eigentlich gar nicht schlecht, ne? Wenn wir dann mal schnell was zukippen müssen. Weil es uns stört. Ganz interessant ist immer, wenn ich die Videos quasi sehe, wenn ich dir hier dann mir raussuche, eine Stelle, wo ich einen Pumpnägel rausmache. Wenn ich den quasi so rückwärts durchskippe und er quasi die Steine wieder hinbricht. Das ist auch immer sehr, sehr schön. So, jetzt ist unser Inventar voll. Da glaube ich noch nicht ganz so dran. Da können wir nämlich noch ein bisschen was dran ändern. Was ist denn hier los? Da können wir nämlich noch ein bisschen was dran ändern. Können nämlich noch Dinge unten nach unten schieben. So, dann können wir hier nicht weiter machen. Interessant ist, achso, die Kisten sind schon wieder voll, oder? Was wollte ich gerade sagen? Jetzt läuft das Eis nämlich komplett einmal durchs Karussell rum. Hätte ich jetzt nämlich nicht erwartet. So, und das ist das Inventar schon wieder voll. Sehr schön. Das heißt, wir könnten ja hier erstmal noch ein bisschen was vom Inventar voll weglegen. Zum Beispiel das hier und das hier. Und dann müssen wir hier gucken. Dann können wir hier ein bisschen was rausnehmen. Können das mal da rein tun. Und dann können wir hier ein bisschen was rausnehmen. Können das dann da rein tun. Können hier ein bisschen was rausnehmen. Wir können das mal mit Nanai tun. Und schon nehmt ihr wieder ein bisschen besser ab. So. Wir holen uns jetzt nochmal vier Landpilz. Die packen wir dann gleich auch instant in diese Kiste. Und dann haben wir 18 Stück schon. Gut. Wir sind auf dem guten Weg. Wie viele Mauern habe ich denn überhaupt bei 89 habe ich noch. Moment, da hole ich mir nochmal ein paar Mäuerchen. Da hinten. Hier sind auch wirklich noch drunter. Oh, gar nicht mal so wenig. Gar nicht mal so wenig. So, dann können wir nämlich noch hier. Warte. Den kann ich hier nochmal ablehnen. 20 Steine. Die können wir natürlich dann ruhig nicht mehr rumtragen. Die können ich ja nach oben schicken hier. Hopp. So. Und. Ja, auch 189 oder 200 Steine. Wenn ja wohl reichen. So. Gut. Dann würde ich sagen, holen wir uns auch ein anderes Auto dahin. Upsala. Achso, das ist wieder rückwärtsgang geparkt. Hm. Hätte ich mir ja auch merken können. So. Jo, jo. Na. Einfach unfähig. Einfach unfähig. So. Hier sind wir. Hier sind wir gerade am Bauen. Dann bauen wir hier eine Stützmauer hoch und dann eine Stützmauer hoch. Dann können wir dann aber schon mit dem Auto in der Mitte durchfahren. Dann ab und zu mal einen Durchbruch machen, wo wir dann gerade einen Durchbruch brauchen. Auto 6. Na. Das ist auch schon mal gesichert hier. Dann kann es hier weitergehen. Da haben wir noch mal gar nicht mal so wenig. Das ist gar nicht mal so wenig Eisenach, glaube ich. Was da rauskommt. Oh, so eine Reihe. Die bringt schon ohne Steine, glaube ich. Ja, das ist ja wieder toll. Hier kommt ja wie gerufen. Naja, vielleicht kriegen wir die, ähm, 1300 heute noch voll. Ich denke mal, das sollte klappen hier, wenn wir da so viele Steine rausmeißeln. Warte. Oh, hier, da ist ein Großer dabei. So, der muss weg. Ich glaube, das bricht zusammen jetzt gleich hier, wenn ich das hier so mache. Weil ich glaube, wenn ich das Karree hier rausgemeißelt habe, dann bin ich auch schon wieder einmal voll. So. Moment. Jetzt mal nachziehen. Wir wollen hier ja keine Katastrophe. So. Gut, dann machen wir nämlich hier eine große Schmelze hin, äh, schon mit Lichtbogenöfen. Ich glaube, das sollte dann auch sehr gut funktionieren. Dann haben wir natürlich einen typischen Stromverbraucher hier, äh, weil diese Schmelze wird natürlich wahrscheinlich auch die ganze Zeit am Laufen sein. Aber da ist noch ein großer mit dabei und zwei kleine. Das ist ja schon nah an der Überbevölkerung hier. Da müssen wir natürlich was gegen tun. Da haben wir was gegen. Ja. Ah ja, die war ja fast unten. Oh, ich weiß, was ich da schon sehe. Und dann haben wir die nächsten Lindfilz fertig, beziehungsweise, ja doch, ich nehme mal den Lindfilz nochmal für. Momentan habe ich, habe ich momentan überhaupt einen Teich, den ich unbedingt zu kippen will? Ich glaube nicht mehr, ne? Bin mir nicht ganz sicher. Doch, da oben, den auf der Ecke wollte ich an den noch zu kippen, stimmt. Den wollte ich noch versiegeln. Damit wir da weiterbauen können, weil da können nämlich auch nochmal eine Standardfabrik hin, ne? Und an der Kante machen wir ja den Flüssigkeitsfabrik nochmal hin. Was war denn da noch mit dabei? Dieser Gelbe, wer war das denn? Den Gelben kann ich auch noch nicht. Muss ich mir jetzt schon Gun Turrets hier hinstellen, immer da wo ich abbaue. So, einfach vollautomatisch da drauf gehen. Hier ist ja was los. So, gut, dann meißeln wir das hier unten auch raus. Ich hoffe, das hält dann. Ich denke, müsste aber. Jo, macht's. Gut, dann überladen. Oh, da liegen noch Kohlen drin. Ich glaube, da liegen noch Kohlen drin. Hm, na gut. Hä? Das irritiert mich jetzt ein bisschen, dass die Kohlen drin lagen, aber na gut, macht nix. Irritationen, macht das schon. So, dann gehen wir hier nämlich hinterher. Dann haben wir hier wunderschön einmal, hoffentlich in dieser Folge noch fertig, alles vorbereitet, dass wir dann hier eine große Schmelze hinbauen können. Damit wir dann hier sehr, sehr viel Metall umformen können oder Erze umformen können in Metallplatten. So, und das Ganze mit Strom, gut, dann geht jetzt, eigentlich müsste man mal ausrechnen, wie viel Strom ich dafür genau brauche und wie viel Kohlen das kostet. Na gut, ich kann ja die Energie, kann ja auch aus Öl herstellen, aber wie viel Kohlen das kostet oder wie viel ich denn mit dem Kohlenofen mache. Also, ich produziere ja schneller und ich glaube, ich kann die dann auch pinpen. Die konnte man dann ja auch mit Modulen pinpen, um da ein bisschen mehr Produktivität reinzukriegen und Effektivität und, naja, alles sowas. Aber das gelbe Vieh, das kannte ich echt noch nicht. Da müsste mir mal einer nochmal sagen, was das war. Ob das noch eine Evolutionsstufe weiter war oder ob das jetzt schon da auch die Spucker waren oder sowas. Es gibt ja glaube ich auch Spucker, ne? Nicht nur weißer, sondern auch so eine Spucker, so eine Viecher. Vielleicht war da schon eins dabei. Das kann ja noch heiter werden, wenn wir da hinten am Kraftwerk dann weiter abbauen und das Kraftwerk erweitern, wo wir die große Umweltverschmutzung momentan herstellen. Das kann ja noch heiter werden. Die Inge Meisel. Keine Ahnung. Sind die einer von euch? Glaube nicht. Das kann ja noch heiter werden. So, oh, wir sind gleich wieder oben. Sehr schön. Wie haben wir denn? 1100? Na ja, dann schaffen wir das ja bis runter. Das kriegen wir im Inventar noch unter. Hoffe ich zumindest. Sollte knapp klappen. Was unser Inventar dafür ausreicht. So, achso. Durchgebe ich mir hier nochmal irgendwo. Und dann werden wir hier oben die Steiner nach weghauen. Also das sind jetzt erstmal bloß so Probestützmauern. Die müssen dann natürlich nochmal da weg. Aber damit ich hier ein bisschen breitere Gänge habe hier, wo ich mit dem Auto auch durchfahren kann, weil ich nicht wusste, ob ich mit dem Auto bis hier nach oben hoch muss. Oder nicht. Aber anscheinend ja nicht. Gut. Ich weiß nicht, ob wir jetzt übermauern wir hier einfach. Das ist mir jetzt so an der Stelle mal egal. Auch wenn es hier schön vereinzelt liegt. Also durchaus so, wie ich es gerne hätte. Nähchen. 3000 haben wir schon wieder. Ich glaube, ich kann knapp 4000 mittlerweile mitnehmen im Inventar. Im Inventar ist ja schon ordentlich groß geworden. Das muss man ja schon mal sagen. Also da haben wir ja schon. Gut, wenn wir die andere Rüstung dann noch haben. Das war auch noch ein Ding, wo ich dann nämlich in eine Richtung, in die ich mich hinforschen wollte. Zunächst bessere Rüstung zu besitzen. Und dann nochmal 10 Plätze mehr kriegen gleich. Das wäre auch schon gut. Da hätte ich viel Freude dran. Sehr schön. Gut. Also wir haben hier den Bereich, den wir als weitere Schmelze einrichten wollen. Und das Ganze schon elektronisch. Und da ist sogar eine Kohlekiste. Sehr schön. Da können wir ordentlich Kohle reinwerfen. Und diese Schmelze dann auch schon mit Elektroöfen versehen. Was dann natürlich auch dazu führt, dass wir sehr viele blaue... ...Knickarmroboter brauchen. Da könnte man ja auch mal das fabrikmäßig herstellen lassen. Na ja, mal gucken. So. Wir werden uns nochmal ein paar Lendfilz besorgen jetzt hier. Parken bitte, danke. Lendfilz bitte. Oh, das ging ja gut. Dann gucken wir mal hier. Kohle. Die können wir natürlich jetzt erstmal... Ich glaube, die haben mich da mal reingeschmissen. Und dann ist das schon dazu gesagt, ich werde mich irgendwann runden brauchen. ...und da Kohle drin liegt. Naja. Kennen wir ja. Ist ja immer so das Gleiche. Süchen. Sehr schön. So wie sieht es hier aus. Auch gut mit Kohle. Alles klar. Gut. Da brauchen wir dann 40... Ne, 20 blaue... Mindestens 40 blaue. Fürs rauslegen ja auch. Und dann... Also aus den Elektroofen kommt natürlich hier so viel raus, dass dieses hier wahrscheinlich gar nicht alles abgegrast kriegen. Dann müssten wir es wahrscheinlich so aufbauen, dass die das aus mehreren Kisten abgrasen können noch. Dass die auch hier abnehmen können, dass wir das unterhörisch machen. Obwohl, da kann ich abnehmen, ne? Das geht ja. Und ich müsste das, glaube ich... Oder ich versetze das nochmal um eins, dass ich denn hier quasi in der Mitte komplette Abnehmerei habe. Das ist ja schon um eins rausgezogen, ne? Ne, rausgezogen war schon die Mauer hier eingespart, genau. Und dann könnte ich ja hier noch... Oh, dann wird's mit der Mauer. Naja gut, kann man da noch was übersetzen. Werden wir sehen. Werden wir sehen, wie es klappt. Aber wir haben sie jetzt zumindest schon mal erforscht. Jetzt können wir gleich mal gucken, was die kosten. Und jetzt erforschen wir weiterhin das hier, damit wir da dran kommen. Tak. Dann können wir auch wieder ein paar blaue Fläschchen mitnehmen. Wir sind mal wirklich in Produktion. Ja, sind noch. Aber wir haben auch... Oh, wir müssen auch die roten Fläschchen wieder mal abholen. Die sind jetzt alle in der Kiste, in der Spenderkiste. Das können wir uns natürlich auch nicht erlauben. So, sehr schön. Also das funktioniert schon mal hier. Dass wir das einigermaßen gut hinkriegen. Haben wir noch Kohl in der Tasche? Ne. Ähm, nein, ganz so viel brauche ich nicht. Dann machen wir Stacks mit. Dann kann ich nämlich vier Stacks direkt in die Öfen stecken. Und den Rest... Ähm... Hier ist ja nochmal voll da unten. Und dann haben wir zumindest schon mal auch wieder über 1000 Stahl. Jo. Einmal eine Kiste vollgeholt. Das funktioniert schon mal. Okay. Dann die schmutzige Stahlfabrik rein. Packen wir hier noch den Rest rein, damit ich jetzt los bin. Sieben Ländhils haben wir noch in der Tasche. Ähm, der Teich. Den wollte ich ja auch noch zu kippen, ne? Genau. Ja, war mir noch wichtig, dass ich den loswerde. Weil ich da dann ja auch Fabriken hinbauen kann schon. Und das relativ zeitnah und... Ja, auch nah an unserem Zentrum dran. Gut. Dann werden wir das nämlich hier gleich in Arbeit nehmen. Dann werden wir nochmal gucken, wie viel Ländhils wir jetzt hier verbrauchen. So. So ziemlich alle. Alles klar. Okay. Okay. Na gut. Dann ist das so. Ne, wir werden dann natürlich dann dementsprechend... ...unser Metallhunger natürlich wieder stillen müssen. Hier ist jetzt jemand fertig geworden mit dem Abbau. Hier ist auch jemand fertig geworden mit dem Abbau. Der hat bloß Steine drin. Eine ganze Kiste voll Steine vor sich stehen. Das ist ja ekelhaft. Nehmen wir das mal so hin, ne? Nehmen wir das mal so hin, ne? Wie viele von den Teilen er jetzt schon in den... ...in seine Kiste wieder gelegt hat. Im Abbau. Ja, die Kiste ist voll. Die auch. Alles klar. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. So. Dann machen wir die noch voll wieder. Dann machen wir die noch voll. Also zumindest versuchen wir es. Und legen die Kohlen hier mal ab. Die ist auch da noch. So. Und dann gehen wir hier nochmal wieder durch. Und gucken hier oben nochmal das Eisen aus den Kisten raus. Okay, das ist es nicht mehr. Ja. Gut. Wohle einlagern. Eisen hinbringen zur Schmelze. Und dann gehen wir zu unserem anderen Bergwerk und holen da mal noch das ganze Eisen her. So. So viel ist das hier auch nicht. Ah, hier ist ein bisschen was drin gewesen. Das ist gut so. Und der steht hier voll mit Kupfer. Kann ich ja nicht voll stehen lassen. Das ist auch blöd. Aber die sollen ja irgendwann mal fertig werden. Ich will mal einfach die Fabrik hier da benutzen. Also den Bauplatz. So, dann. So, dann. Äh, so, so. Ja, das geht. So, Eisenerz werden wir natürlich hier noch meist bieten los. So, und Kohle werden wir dann mal hier versuchen, mal speeden los zu werden. Ich glaube, das klappt sogar ein bisschen. Gut. Sehr schön. So, ich glaube, Kohle brauchen wir dann unten auch für die Kunststoffstangenfabrik, ne? Da müssen wir ja nochmal, naja, dann machen wir uns ruhig 2000 schon mal von, oder? Dann, wenn wir dann erstmal gewappnet sind. Wie? Schon wieder 31 Minuten um? Alles klar. Ja, dann, äh, würde ich sagen, war das eine Folge von Factorio hier aus T-Games Studio. Mein Name ist Master Schröder. Äh, wir waren hier im Digi-Szenario unterwegs. Haben hier das nächste große Gebiet freigelegt, wo wir uns eine Schmelze hinbauen wollen. Äh, werden hoffentlich hier unten dann irgendwann mal fertig, dass wir hier eine kleine Fabrik hinbauen können. Kaufen uns noch Ländfels, damit wir den Teich fertig hier haben. Haben die Forschung im Bereich Ektro-Elektrotechnik 2 schon, damit wir zu den Prozessoren kommen, um dann die anderen Forschungsflächen zu machen. Wir können, achso, ja, einen kurzen Blick machen wir noch. Was kostet der? 10 Stahlträger, 5 verweiterte Schaltkreise und 10 Ziegelsteine. Der ist gar nicht mal so billig. Gut, also wir müssen einen Kunststoffstangen machen, damit wir an Rote Chips kommen. Wir müssen nämlich Rote Chips herstellen wieder. Nächster Auftrag ist quasi also eine Rote Chips Produktion herzurichten, in der wir gut uns 2000 von diesen roten Chips machen, damit wir 1000 verwenden können für Forschung. Also für die, ja, für die Forschung von den blauen Fläschchen wieder und den Rest für unsere Produktion, die wir dann brauchen bei den Lichtbogenöfen. So, um die anderen Fläschchen zu machen, brauchen wir hier Lichtbogenöfen. Alles klar, also das wird noch ein bisschen sich ziehen, aber wir kriegen's hin. Bis dann, tschüss.